ja die jahre ich bin wieder markus von labgewerdv wir schon wieder bettet 4 und neid und ich spiel bei der politik das bleibt nur das gleiche hier angefunkt das ja auf jeden fall ich bin dode sniper knife only mal auf stürmer paracel der freuerschaft und ich genau ich bin erkältet oder krank alles beide krank halt und das ist zwei ich hab mich ein bisschen anders an leckt schon wollten aber es ist richtig geil das ist lebt jetzt bleibt jetzt kein ursprünger ja auch bei viel tatlein g die jungen kommt heraus ist montaglich aufnehmen sie denkt wer das hier schaut zock ich bei hartlein kommt ja heute sage ich jetzt mal meiner sicht zukunft wirklich hart das ist alter wie konnte das überliebt ich meine sich die wohl gab es weiß dort fähig bis jetzt noch kommt ja ganz genau dann werden wir natürlich viel aufnehmen und das wäre ja auch zu sehen kommen ich würde sagen wir sind nicht schlecht bei hartleiner scheiß fehler nachzulab er war ja auch schon den ersten bitte eigentlich nicht schlecht könnten ja von so einem alten kanal von mir angucken ich muss dran denken das ist ja nicht nur holzner was man auch vorher schafft die feuer schafft ist konkurrenz schneller also du kannst du dich reinnehmen da ich bin besnipet hier wieder das war schon dass es viel schneller geht oh nice headshot alter nice one nice one ah uh was nein alter schade hat er mich jetzt gemessen so ich kann es auch nicht hier spawnen ich kann es hier schnell gehen um ihn einzunehmen da ist er bei ok da ist er mit ja die axe die zum keine pisse 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 das kill sich aber wohl auch bis die bf3 hat gespielt mit Sven Man muss näher dran sein an den Pumpen. Wie bei Conquest, Nummer 1. Wollt's haben muss man Reflexe haben. Jetzt sind wir uns nicht im Arsch. Stop! Bats! No Scoop! Läuft doch! Läuft! Oh! Läuft! Läuft! Ah! Komm... Man kann nicht da jetzt keinen Gegenangliff machen, naja. Schade schade... zusammen gewonnen vielleicht ja so wird gestört und wir haben positiv 12 nein ja ich habe auch die einzige Idee geschafft ich habe auch mehr Kills wie Verluste das ist auch geil ja ich glaube mal schauen ja ich werde gleich sehen wie lang die Runde ist dann guck ich mal wie war BVH Line wird kommen keine Angst vielleicht heute heute sogar ich brauche auf die Zukunft weil heute ja Montag ist was ich aufnehme und ich bekranke und ja scheiße ja genau gut ja mehr geht es nicht sagen BVH Line wird kommen weiß aber nicht wann ob es schon ein Video rausgekommen ist oder nicht wird sich jetzt dann entscheiden ja ganz genau ja genau das gibt es nicht zu sagen genau ich habe überlegt ob es zu sagen aber es gibt nichts zu sagen und ich schaue dann wir sind es gleich wieder oder bis zur nächsten Folge von BV4 bis gleich oder tschüss ja Leute das haben wir wieder es geht weiter mit Polz snipen und jo legen wir mal los ne vorhin eine gute Runde gab 12 5 das fängt wieder an du legen nein fack ja 2 gegen 1 ist richtig gay da machen wir eigentlich die meisten keine Chance das das alles und du 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 4 wo alle die oben anwärtig damit diese peter nennen wir nicht so hart es ist einfach da oben im Campen wo ich es nicht so können ey Bullsnipe da oben ey, bitte so ein Pussy lag da oben ey oh warte, ey, der trifft, ey, Junge das ist nicht getroffen, ey, der Pisser mir bist scheiße, okay, Bullsnipe, für Bullsnipe, für Bullsnipe ist die Scheiße das ist für mich, ich finde so scheiße ich kann mit der gar nicht Bullsnipe Headshot die 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 4 Marsch die Karte wenn man sich immer schnell hier die Kühle Kreuzug ist geil Oh ja da, Puts, Puts, Puts. So schön. Ah, halt so. Da war ich schnell. aha geht wieder eine hohe pissen wo alter bei dem alter was geht mit dem Ich kann einfach alle wieder hochgehen, ey, was ist so, ich hab rumlos, ne? Ich hab die ja wehle Ah. Ich füge das. Ich füge das. Das ist ja. ja boah das war lang Oh, wie ich gerade übelst gewackelt habe mit der Maus, ich sage immer, übelst gay. Wow, ey, der ist halt XX, ne, der trifft da mit jedem fucking Schuss gegen mich, ey, in Nahkampf, ist echt krass. Na, er hilft dir, das Kille, passt doch. Oh, was denn die Pizze wieder, naja? Ja, das ist mal hochgefahren. Noch Alkohol, weh, der wird sich freuen, du! Der wird sich aber freuen. Jetzt ist es kaputt, wahrscheinlich werde ich gleich gekickt, Alter. Jetzt bin ich sicher. Also. Ich bin sicher. Oh, ich habe keinen Boots mehr, glaube ich Jo, da war ich ja 50er, hey, warum hab ich da Achso, ja, okay Goldpecks Oh, fuck Wow Pesach Wow, 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 wow La Ciel Zul Pesach Oh, das war Headshot Das war Headshot Das war Headshot E-O, aber noch, gesehen ey, das der Headshot war, Alter, ohne Witz, ey Tödeen, den auch, komm Kein Kälfte, Witzerski Warum? Sponder, ey Ich spawn und er P Sas Ex-O-Pisse, tötest so damit ja einfach nur die ganze lobe oh mein Gott sorry, ich wollte dich retten eigentlich, ne, bro wow ja, okay ok ich weiß genau, dass ich keine Chance habe, wo darum die Pisse oh, jetzt kommt der, ah geil, ah fuck man da wirklich ein One-Shot warte ist gerade oh, meine Tastatur ist ausgefallen geil so, läuft wieder hier okay war nicht so geil halt warte nein passt hier wieder ne, ist er passen wusste er eigentlich weh hm sechster und ist Level 14 ha, geil okay kann das auch bloß sein er könnte ja, er könnte ja ja, scheiße tss die hier auch Grenade weiß nicht, gay, alter oh mein Gott war die geil war das geil war das geil war das geil, geil haben sie eigentlich eine Mülltonne maltonne 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 was ich gerade expectiert, alter jo klar man an und so drüben heute dort bin ich schlecht gewesen und will mich über die zielung zur Bruder nach Komo klasse und schee und Nein! Nein! Alter! Nein! Was geht denn mit den Chal La Rida ab, Alter? Rühren wir einfach alle weg mit seinem One-Hack wahrscheinlich. Oh, fuck you, Alter. Yes! Wow, gerade noch gewonnen und muss ich auch noch ein 2. Fast 1 nur, dann habe ich noch weggeholt. So, jetzt passt es mit den Folgen Zeit. Letztes Mal war ja schon 16 Minuten nur. Wenn ich wollte, dass ich mehr Boltzniper spiele, dann sagt es mir. Oder ein bestimmter Modus oder eine bestimmte Waffe. Oder ein bestimmtes Loadout. Könnte es auch machen. So, genau. Dann würde ich sagen, wir sehen uns, das sieht man zu einer weiteren Folge von Belfi 4. Wurmtotel war Belfi Hardline. Es war der Montag. Kleine Zeit, Minecraft oder auch irgendwas anderes. Und ich sage dann, bis dann und tschau. Maybe nein! 53 Nine! 1 5 Mehr Folgen Zeit. inspiring